Ja hallo, ich bin Christoph Magnusson und ich möchte aus meinem neuen Roman lesen. Das Buch heißt Arztroman. So sieht es aus. Und ich fange an mit dem ersten Kapitel. Das erste Kapitel heißt Zeit. Zeit. Der Wetterbericht nach den Spätnachrichten kündigte einen weiteren heißen Tag in einer Reihe von heißen Tagen an, die Anita Cornelius wie unendlich erschien. Seit Wochen schon konnte sie kaum einschlafen vor lauter Hitze. Und auch jetzt hatte sie es wieder versucht und dann doch lieber den Fernseher eingeschaltet, die Nachrichten gesehen und aber die letzten Salzkräcker gegessen, die der Kollege von der Tagesschicht übrig gelassen hat. Es war eine ziemlich normale Nacht am Notarzt-Stützpunkt des Krankenhauses am Urban in Berlin-Kreuzberg. Anita und ihr Assistent Mike hatten bisher drei Alarme gehabt. Einmal Brustschmerzen, einmal Blutzucker und einen akuten Bauch. Alle drei beeilten Menschen. So war es eigentlich immer. Selbst in dieser Gegend der Stadt, aus der die Boulevardpresse gern von Messerstechereien oder Drogenkriminalität berichtete. Häufiges ist häufig und seltenes ist selten. Das hatte Anita bereits im Studium gelernt und alt werden war eben häufig in diesem Land. Anita stand auf, um sich aus dem Automaten am Eingang der Rettungsstelle einen Snack zu ziehen. Nachdem sie eine Münze eingeworfen und gewählt hatte, warf sie einen Blick auf das Fach mit den Marsriegeln und beobachte die Metallspirale, die das Mars an das Ende des Regals schob, bis der Riegel in Schieflage geriet, mit der Oberseite nach vorne fiel und gegen die Spirale stieß, die genau in diesem Moment aufhörte, sich zu drehen. Anita sah auf ihren Schokoriegel, zwischen Spirale und Regal über dem Abgrund verkeilt. Super Vertrauensbeweis für ein Krankenhaus, wenn nicht dann mal der Snack-Automat funktioniert, dachte Anita und hätte es wohl für ein schlechtes Oben gehalten, wenn sie an solche Dinge glauben würde. Doch das tat sie nicht. Anita dachte an ihren Sohn. Wie oft hatte sie mit Lukas hier gestanden und gehofft, der Automat würde nicht ihr letztes Kleingeld fressen und dann den gewünschten Riegel doch nicht hergeben. Als Lukas klein gewesen war, hatte er dem Automaten sogar gut zugeredet, um seine Chancen zu erhöhen, doch inzwischen mit 14 Jahren tat er das natürlich nicht mehr. Er kam sie ohnehin nur noch selten auf der Arbeit besuchen, obwohl er jetzt eigentlich noch näher an der Klinik wohnte als Anita selbst, kaum 100 Meter entfernt bei Anitas Ex-Mann und dessen neuer Freundin. Anita schlug gegen den Automaten. Sie wusste, dass das nichts brachte, aber sie tat es trotzdem. Sie konnte einfach doch nicht hinnehmen, dass der Automat ihren Snack nicht hergab. Sie rüttelte an ihm, immer heftiger, da hörte sie ein schrilles Kreischen aus ihrer Hosentasche. Der Funkmeldeempfänger, sie sah auf die Leuchtanzeige Alarm. Anita schaltete ihn aus und eilte zurück. Sie zog ihre orangefarbene Funktionsjacke an und fuhr sich durch die Haare, bis sie einigermaßen locker auf dem Rücken mit der Aufschrift Notärztin lagen. Mike kam aus seinem Zimmer. Er war auch schon komplett angezogen und tastete seine Frisur nach eventuellen Deformationen durch das Kopfkissen ab, auf dem er vor einer Minute noch gelegen hatte. Und so schritten sie, beide ihre Haare richtend, auf die Auffahrt der Rettungsstelle. So sagte Mike es zumindest immer. Ein Berliner Feuerwehrmann rennt nicht zum Einsatz. Er geht auch nicht, er schreitet. Ein Berliner Feuerwehrmann rennt nicht zum Einsatz. Vielen Dank.